Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play War Thunder mit mir, dem Ivan aka LPA97 und ja, wir sind jetzt hier wieder im Spiel und einmal ganz kurz zu meinen Fliegern, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob die schon in der letzten Folge da waren, aber auf jeden Fall habe ich diesen Flieger hier neu, habe dafür auch schon ganz bisschen was gespielt und ja, ich würde sagen erstmal geht es mit dem hier in die Schlacht, damit ich da ein bisschen erforschen kann einfach, just for fun. Die gute BF109F1, jetzt erforsche ich gerade die F4 glaube ich, bin mir nicht sicher und das da unten sind leichte Bunker, die kriege ich glaube ich hiermit nicht kaputt, weil ich halt hier noch die Standardmunition drin, ist ein schöner Flieger, ist recht wendig, ist in Ordnung von der Wendigkeit her und ich gehe dann mal auf die P38G da unten los und hoffe, dass ich jetzt da, da muss ich aber ordentlich vorhalten, das waren gerade nur 16G, das überlebt man mal so eben, das ist kein Problem, wo ist er hin, da vorne ist er. Da gehe ich mal hier rum über den Berg, weil ich habe das Gefühl, er möchte nach hier ausbrechen, ne er zieht doch rüber, er zieht doch rüber, schade, dann habe ich da einen ganz kleinen Unweg geflogen, na. Dann gehe ich mal da hinten ein bisschen helfen, damit der da jetzt nicht so ganz allein ist und vielleicht kriege ich ja sogar noch den Kill. Leider nur eine 7mm an Bord, aktuell. Oh, da traut er sich jetzt schon auf die Flakgeschütze von unserem Flughafen. Ähm, von hinten kommen gerade ein paar Raketen von einem Teammate an, genau. Ach ne, ich glaube, das Ding hat auch schon eine 20mm Kanone. Jetzt ist nur 7mm da, genau. Das war der vorherige Flieger, ähm, der nur eine 7mm hatte. Ich habe ja jetzt schon Flugzeug zerstört. Ja, so geht's auch. Der ist zwar mehr abgestürzt, aber egal. So, MG ist wieder da. MK braucht noch, äh, 14 Sekunden. Bis ich hier wieder weg bin, dauert es ja auch noch ein bisschen. Gut. Gehe ich auf die da hinten oder gehe ich hier vorne? Ich gehe auf die Spitfire. So, 2, 1 und auch wieder nachgeladen. 60 Schuss ist sich das meiste, aber sollte für einen Flieger mal reichen. Ähm, Spitfire 2,9 Kilometer. Ich komme, äh, wobei, die Spitfire ist näher. Da sind zwei Spitfire. Oh, das könnte, das könnte recht knapp werden. Da ist gerade wieder ein Bunker von uns in die Luft geflogen. Okay, jetzt kommt der auf mich zu. Dreht wieder hoch. Jetzt setze ich mich hinter den. Und jetzt kriegt er rein. Und Flugzeug zerstört. So. Jetzt setze ich mich gleich hinter den nächsten Flieger. Das ist wieder eine Spitfire. Die fliegt ganz gut. Kritischer Treffer. Und zerstört. So. So. Warum fliegt der in mich rein? Ich war in einer Kurvenflug. Mann. Weich bloß nicht aus. Ey. Oh, ich hasse es. Im Kurvenflug sehe ich nicht, ob von oben jemand herabgestürzt kommt, Mädels. Da müsst ihr selber gucken. Das ist ja, ich war vor dir. Oh. Na gut. Noch eine Spitfire. Immer noch eine Spitfire. Da hinten kommt schon die nächste. Alter. Wie viele Spitfire haben die denn? Ist ja der echte Hammer. Ähm. Warum, weißt du was? Ich gehe den da hinten ärgern. Mit meiner kleinen Mordmaschine. Eine P63. Ich glaube, ist das was Großes? Nee, was Kleineres. Okay. Schön davor setzen. Tempo aufbauen. Der zieht. Zieht da rum. Komm. Alter, der ist ziemlich schnell unterwegs. Das muss ich jetzt wahrscheinlich auch gut vorhalten. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Gut. Komm wieder her. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Kritischer Treffer. Das heißt, er sollte jetzt eigentlich gleich down gehen. Setz ihm trotzdem nochmal eine nach. Ja. Da ist er weg. Okay. Ja. Mick. Oh, eine Mick. Eine Mick kann böse werden. Eine Mick kann böse werden. Dann ziemlich böse werden. Aber die sieht mich nicht. Deshalb habe ich den Vorteil und habe sehr wahrscheinlich den Piloten getroffen, weil die Maschine sieht noch ziemlich heil aus. Gleich irgendwo. Platsch. Da. Jetzt sieht sie nicht mehr heil aus, aber in Ordnung. Gut. Ich bin noch an erster Stelle. Das ist schön. Wie sieht es denn so weit aus? Hä? War da gerade noch was? Nee. Nee. Radar sagt auch nichts. Kommt von da einer? Oder warum ist da Flakfeuer? Nee. In Verzichter kein. Oder? Sehe ich da irgendwas? Sehe da nichts. Warum auch noch mal Flakfeuer ist? Ein Rätsel. Gut. Denn Spitfire, neuen Leben. Gib ihm. Wenn sie bis dahin nicht down ist, weil drei Leute gerade hinter der sitzen. Ja. Ich halte mich noch auf den ersten Platz. Das ist gut. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen wieder zurück zum Geschehen kommen. Das dauert natürlich auch mal ein bisschen. Gut. Spitfire. Ich will dich haben. Auf jeden Fall ein Treffer drinnen. Abschusshilfe. Was ist mit dem? Der ist auch weg. Okay. Gut. Soll ich sagen, wenn ich wieder ärgern gehe? Den da hinten. Den habe ich doch gerade schon geärgert. Den Seignat, oder? Habe ich den gerade schon geärgert? Ich denke mal. Ich glaube so. Er wird wahrscheinlich eh gleich... Oh, doch. Da hinten war dann doch noch ein Flieger, wie es aussieht. Aber erstmal gehe ich ihn hier ärgern. So. Schönen Turbo hier. Ich hoffe, dass er mich dann nicht gleich ärgert da. Aber der ist noch gut entfernt. Ey Flak, sei vorsichtig. Ich setze mich jetzt ziemlich blöd zwischen die. Das könnte ziemlich böse ausgehen. Aber der eliminiert sich selber. Und mit dem fliege ich dann jetzt mal einen ganz kurzen Flugkampf. So. Rumziehen, rumziehen, rumziehen. Oh, da kommen noch mal zwei mehr. Abschusshilfe. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja gut, damit mache ich mit meiner Munition nicht viel. Und wieder zurück. Das könnte mir... Ja, das könnte mir den ersten Platz jetzt kosten. Gut, das Flak geht jetzt auf uns gerade. Dann fliege ich jetzt mal hier über den Berg rüber. Schade, der eine hat sich selbst eliminiert. Und der andere hat nur Abschusshilfe gegeben. Schade, schade, schade Schokolade. Ähm... Hier unten müssten welche dicht dran sein, ne? Ja. Sieht doch gut aus. Guck mal, da ist wieder Zygnath. Zygnath, ich komme. Ne, die... Typhoon ist näher dran. Die kommt auf mich zu. Du willst es wissen, du willst es wissen. Die will es wissen. Okay. Du willst es wissen. Denn... Wohin? Hm, gehe ich auf die. Nein. Ficken. Ficken. Oh, hi. Da war es ausgebrannt. Okay, nächster Flieger. Scheiße. Da waren zu viele und dann habe ich die Übersicht verloren. Und wir verlieren. Das ist ärgerlich gerade. Ich will jetzt aber auch nicht bomben gehen. Darauf habe ich keinen Bock. Und ich will meinen ersten Platz noch behalten. Es wäre jetzt schade, wenn ich den jetzt noch verlieren würde. Zwei Tode. Zwei Tode ist nicht schön. Zwei Tode ist jetzt so ein Dorn im Auge. Zwei Tode ist jetzt so ein Dorn im Auge. Äh, Orientierungsverlust offiziell. Da. Gut. Arsch gerettet offiziell. Du drehst auch schön ab und fliegst nicht noch eine Kurve nach in mich rein. Warte auf Ergebnis. Erster Platz geblieben. Leck mich doch mal am Arsch. Er schießt ruhig auf mich. Bringt dir ja eh nichts mehr. So. Ja. Lief für mich ganz gut. Die Runde fürs Team leider eher nicht so gut. Hätten einen Bomber mehr gebrauchen können. Aber, ähm. Gut. Ich habe unsere Kreuzer versucht auch ein bisschen zu protecten. Ein paar Auszeichnungen erhalten. 14.000 Lions insgesamt verdient. Da ein bisschen meine BF 109 F4. Ein wenig weiter erforscht. Hier habe ich den neuen Kühler. Und bei den anderen Flugzeugen ist halt schon alles erforscht. Gut. Das heißt, ich baue mir nochmal eben den. Oh. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schluck auf. Den neuen Kühler ein. Und als nächstes möchte ich bitte auswählen, was ich für 7mm Gurte haben möchte. Weil dann werde ich mir nämlich hier unter den 7mm die ohne Leuchtspur auswählen. Und unter Standard die, also unter den 20mm Gurten, wo ich jetzt Standard drin habe, logischerweise, die Luftziele. Also, ich werde jetzt diesen Stammbaum erstmal erforschen. Wobei das dann wahrscheinlich, äh, Bomben erstmal nicht. Dann wahrscheinlich die und dann hier so ein bisschen rein wieder. So, dass ich hier so gleichmäßig das alles verforsche. Gut. Dann war es das auch erstmal wieder für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Euer Ivan, AKL, P97. Bis zur nächsten Folge von War Thunder.